Nein, die hat mein Kopf nicht gesehen. Entweder hat die den schlimmsten Ping der Welt, dass sie den noch gesehen hat, oder das Spiel ist einfach nur noch Buggy. Warte mal, ich nehm mal. Ach, ich weiß drauf. Den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisieren. Du hältst dein Schnauze. Küche, denke ich. Der Bio-Gefahrgutbehälter muss lokalisieren. Du hältst dein Schnauze. Du hältst dein Schnauze. Ich glaube, auf Ash können wir nicht zielen. Die ist, äh... Wo oben sind die. Was? Als ob ich... Ich war im Erdgeschoss und hab Virgids hingesehen. Als ob die echt ganz oben sind. Ich hab den auch im ersten OB gesehen. Jo, du bist scheiße. Ernsthaft? Ernsthaft jetzt. Also nicht nach echt jetzt. 5 Sekunden. Bio-Gefahrgutbehälter. Der trifft schon wieder eine Kontaktgranate auf der Drohne. Ich fährt nicht mehr, ey. Kann man nicht auf dem Ding kommen? Ey, Seite nach! Rauch brauche Entdeckung! Jan, warum erzählst du dem Rollo denn das heute Abend Dienst ist? Ist nicht. Habe ich ihm gesagt. Er hat gefragt, ob heute Abend welche an der Wache sind. Das habe ich bejaht. Weil ich gehört habe, dass es bestimmt ein paar Leute da ist. Hm. Wohne ich jetzt direkt noch mal zur Wache gefahren. Voll gemacht. Aber Kekse backen kann er. Kann ich vielleicht als Schild dahin? Kann ich vielleicht als Schild dahin? Ja, ich weiß, aber ich bin Schild, warum lasst ihr mich nicht? Da ist doch Mute. Scheiße. Wo ist Mute? Ich kann nur seinen Kopf sehen, er kriegt keinen Headshot. Däh. Fick du also mal. Na, warum kann ich das nicht runterladen? Hey, Smokey Boy. Oh, Melvin. Willst du das unten? Pisser. Oh, kaputt. Ein verbleibender Amirator vom eigenen Kopf. Ich warte ein Stück, ja? Jo, ich geh mal schon mal zum Jonas. Was, Gott? Ne, du musst mich einladen. Ne, du musst mich einladen. Jetzt wegen ja. Ja, ich geh mal schon mal zum Jonas. Ich hab' die Verbreitung. Ich hab' die Verbreitung. Wie war's? Echt jetzt? Ich hab' das klappt, das. Ich hab' so viel zu viel zu tief Vertrauen in meine Fähigkeiten, Melvin. Das ist die dritte gewesen, das ist die gute Nachricht, liegt der da in der Leite? Also wir haben wahrscheinlich Virgil und Smoke, wo hast du denn? Wo hast du denn? Nein, er hat jemanden getötet gerade. Nein, nein, er täte ich! Ja, Puls, du hast recht. Nein, Virgil hat jemanden getötet gerade und den hab ich noch nicht gesehen. Mein Kaffee getrunken wurde, hab ich mich jetzt nicht. Gerobert der Artikel! Ich komm nicht aus dem Kaffee, die beiden. Junge, nimm keinen Druck! Oh fuck! Wo ist der denn hin? Melvin ist die Kamera. Ich hab noch einen für dich hier. Du kommst glücklich in so eine Familie und dann hast du da so einen Sitzen. Ja, und ich hab einen für dich hier, was denn hier? Hier, hier ist einer, ja. Dein Gegner verbleibt. Kommo, Arschloch! Juhu, Arschloch! Hier ist einer am Fenster, wo er nützt, irgendwie. Bitte ruhig und! Ich klatsche wirklich noch, es ist doch nix! Du hast einen kleinen Sau! Wann einen! Hehehe! Alter, tot halt nicht rein! Ja! Alles klar, weißt du! Es war leider kein Ace, weil die ein Teamkill gemacht haben. Was ist das denn?